hallo und herzlich willkommen bei red dog campbell ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel forge of empires ich werde es mal starten ich habe gerade schon nach meinem alten account gesucht wie immer bei forscher empires finde ich meine ich gesagt immer es gibt es ein account aber irgendwie komme ich da nicht hin ich glaube schon keine ahnung dass wir vierte mal ich hier forscher empires anfangen na ja Untertitelung des ZDF, 2020 Dann bauen wir mal unsere kleine Stadt wieder so ein bisschen auf. Ich muss zur Forschung eine Sperre erforschen. Dann bauen wir mal eine Sperre erforschen. Dann bauen wir mal eine Sperre erforschen. Dann bauen wir mal eine Sperre erforschen. Was muss ich jetzt machen? Die Sperrekaserne errichten. Okay, das heißt also bauen, Militär, Sperrekaserne und starten. Ein Sperrekämpfer rekrutieren. Post ab und schau. Post ab und schau. Post ab und schau. So, die Uhr erstmal hingestellt. Damit ich auch weiß, wie spät es ist. Schneller, schneller, schneller. So, fertig ist er. Und unsere nächste Aufgabe ist, zwei Denkmäler zu bauen. Denkmal. Das ist hier. Da ist ein Denkmal. Okay. Okay. Die Bevölkerung ist begeistert. Zwei Pfahlbauten machen. Das sind die Häuser. Pfahlbauten. Und noch ein Fall. Haus. Gut. Die nächste Aufgabe. Tipp frei. Ist der Handwerk. Ah, muss ich erst noch erlernen. Warte mal. Gucke. Töpferei. Töpferei. Forschung. Nicht bauen. Töpferei. Hier ist sie. Okay. Jetzt sie bauen. Töpferei. 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 Ein Punkt kaufen. Das geht auch. Töpferei. Töpferei. Haben wir gemacht. Was soll man jetzt machen? Das Rad erforschen. Jetzt eine Konstruktion erforschen. Wir haben noch gar keine Punkte mehr. So ein Mist. Was machen wir jetzt? Soll ich das bezahlen? Diamanten? Ach komm, ich bezahl die Diamanten. Scheißegal. Normal hätte ich jetzt bis nächsten Tag gewartet. Soll ich das. Soll ich das. Soll ich das. kann man das runde erobern dann müssen wir mal auf die weltkarte gehen und hier angreifen automatisch angreifen autokampf sieg das ist gut einen neuen speer rekrutieren haben wir gemacht jetzt was möchte jetzt haben ok eine trophäe die bevölkerung muss sie noch begeistern hmm hmm und das dauert auch noch ein paar minuten kann ich ja probieren meine bevölkerung zu begeistern und zum vollsten wäre es natürlich denkmal zu bauen oder die säule ich baue mal jetzt ein obelisk mal schauen wieviel er hoch geht um 18 zufriedenheit also bringt nicht ganz so viel der bringt 72 der ist schon mal richtig gut 18 20 das gold heißt immer dass du diamanten bezahlen musst dann nimm halt noch ein denkmal ja jawohl und kann ich den ja wieder wegreißen hier wie ging das jetzt nochmal ach da war das verkaufen verschieben oder schieben da in die ecke schön ein kleines dorf und wie lange brauchst du noch ein bisschen länger als eine minute ich glaube danach war das muss ich noch ein land erobern aber nicht mit kampf sondern mit kaufen ach der fertig ist erstmal rüber na gut lassen wir ihn da 6 minuten um 50 fahren wir müssen ja sowieso noch auf unsere trophäe warten hier hier vorne war irgendwo noch ein schatz gewesen den habe ich letztes mal schon nicht gefunden oder ist er nicht bei jedem dabei oder ist er nicht bei jedem dabei das ist nicht bei jedem nicht bei jedem Upsa. Außersehen. Schon angenommen. Forschen geht nicht. Flasche produzieren. Das geht. Tapferei. Wie lange braucht die? Oh. Fünf Minuten. Bis dahinter musste ich hinkommen. Hm. So weit war ich noch nicht. Wo ich am weitesten war, da war ich bis hier vorne irgendwo gewesen. Das hatte ich durch. Das hatte ich. Das hatte ich nicht. Doch, das hatte ich auch. Ähm. Steinverarbeitung. Ich glaub, die beinerte ich nicht. Oh. 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 Ah, er hat das sauber gemacht. Er hat mein Ding mal sauber gemacht. Dann kann ich ja bei ihn reingehen, in seine Taverne, helfen, besuchen. Oh, Rang 56. 56.000. 56.000, was ist das noch? 65.000, ach Mensch. Besuchen wir es mal. Oh, 5 Stühle. Nice. Oh, 5 Stühle. Komisch. Egal. So, dann gehen wir mal hier wieder raus. Da sind wir wieder. So, haben wir jetzt nochmal wirklich fünf Minuten? Ach, das ist nur eine Minute. Warum soll ich mir das kaufen, wenn ich das lösche? Dann findet ihr es sowieso mal nicht mehr wieder. Naja. Das war mal gleich fertig. 70 Gold. Ja, 2010. Und 2023. Juhu. La Fidophie. Veteranenfriedhof. Frogs. Die Bärenhöhle. Also, ich denke mal, das hier ist nur aus Deutschland. Na ja. Gilde. Fertig. Jawohl. Und, was haben wir jetziger? Ja. Ein beliebiges Gebäude. Eine Dekoration oder eine Straße errichten. Ach, das schaffen wir doch locker. Irgendein Gebäude. Irgendwas errichten. Bauen. Dekoration. Blumen. Blumen. Blumen habe ich noch nicht, deswegen. Zack. Zack. Fertig. Und jetzt. Zwei Flaschen. Ah. Muss ich erst die eine fertig machen, dann geht die andere. Das sind 10 Minuten. Also Leute. Das möchte ich euch jetzt nicht antun. Daher sage ich mal. Ähm. Schauen wir doch mal hier kurz nach. Ach. Produzieren wir hier auch mal noch einen Krieger. Und hier produzieren wir noch mal ein. Eine Trophäe. Die sollen ja was zu tun haben. Das war's denn für heute. Ich werde mich jetzt hier auslocken. Spiel beenden. Ich führe mir mein Tagesticket. Und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao.